Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein-Lyrik und zu einem gar seltsamen Set. Und zwar geht es um Tony Starks sakarianischen Iron Man. Ja, das Ganze basiert auf der Serie What If, einer Animationsserie, die ich persönlich inzwischen sogar gar nicht schlecht finde. Die erste Folge war langweilig, aber danach zog es deutlich an. Und es spielt in der Welt der Avengers und Marvel und wie wäre es, wenn mal Sachen ganz anders liefen als so, wie sie in den Originalfilmen so passieren. Da kommen wirklich sehr spannende und sehr skurrile Dinge raus. Da basierte auch das erste Set, was ich zu der Serie vorgestellt hatte, auch direkt auf der ersten Folge. Das fand ich cool. Da habe ich dann extra gewartet und gesagt, bevor ich dieses Set jetzt hier vorstelle, da will ich die Folge auch gesehen haben. Ich habe alle Folgen gesehen. Dann kam die letzte Folge, wo es wirklich nochmal richtig hoch herging. Und dann war es das. Da kam kein sakarianischer Iron Man, kein Mech in irgendeiner Form drin vor. Die Rätsels Lösung ist wohl tatsächlich, diese Folge haben sie weggelassen. Warum auch immer. Sie wird wohl in der zweiten Staffel auftauchen, wie es hier übrigens auch ein paar Aufkleber gibt, die auftauchen. Und damit gibt es also auch keine Hintergründe, die ich genau dazu erzählen kann. Warum? Weshalb folgende gleich erscheinende Minifiguren hier drin zu sehen sind. Ansonsten kann ich nochmal kurz die Rahmendaten sagen. Es sind 369 Teile für knapp 35 Euro. Das ist ein Teilepreis von fast 10 Cent. Das ist eine Menge, finde ich. Auch wenn es Lizenz ist. Und es gibt aber ein Angebot auch teilweise für 27. Und dann gibt es drei Minifiguren. Und da haben wir einmal hier die Walküre, beziehungsweise auch Walküre, wo gesprochen oder geschrieben. Obwohl es die Folge ist, so sieht man zumindest in den einzelnen Fanforen, wo insbesondere Gamora drin vorkommt. Ja, wie und was und wo, das werden wir dann noch sehen. Wen man auf jeden Fall ständig in der Serie sieht, weil er ja sozusagen der Hauptbrautwagonist ist. Er ist der Erzähler oder der Voyeur, ist der Watcher. Ja, klingt ja auch viel cooler als der Voyeur. Und der ist jetzt in diesen Multiversen also zu Hause und wird also dort am Ende übrigens auch noch mit Teil der Geschichte. Und ja, und Teil der Geschichte wohl in der zweiten Season, was wir dann alles erleben werden, das ist Tony Stark. Der hat zwar auch seine eigene Folge schon, auch in der ersten Season, aber damit hat dieses Set, glaube ich, so gar nichts zu tun. Und er hat immerhin hinten noch sein zweites Gesicht, das er dann aufsetzt, wenn er im Mac genauer sich befindet, beziehungsweise dann sein Head-Up-Display quasi ins Gesicht getackert bekommen hat. Ja, der Mac übrigens, das ist er. Da kann man jetzt vielleicht auch sagen, während übrigens ich sagen kann, dass das da oben immerhin bedruckt ist, während der Rest, was wir da vorne so sehen, in der Regel alles Aufkleber sind. Und dass, ja, ich so ein bisschen Macs inzwischen überhabe bei Lego. Das ist, ja, sie sehen immer ein bisschen anders aus. Und auch hier, der hier hat eine Besonderheit, die wir uns gleich nochmal genauer angucken werden. Aber es ist am Ende aller Tage eben doch wieder so ein wackelig dahinstehender, an den Händen irgendwie entsprechend mit Waffen ausgestatteter Mac. Immerhin haben wir hier dann, ja, könnten wir ihm also jetzt dieses Head-Up-Display hindrehen, dann hätte das da wahrscheinlich irgendwie Sinn auch. Wir können ihm hier diesen Großkopf geben und da hat er noch so seine Satellitenschüssel da, oder was das auch immer, da es da oben ist. Ja, und er ist bunt zumindest, also poppig, würde man wahrscheinlich sagen. Damit muss man natürlich dann auch klar machen, das ist kein Set für A-Vols, sondern 8+, sprich also ein Set für Kinder, die damit spielen sollen und Spaß haben sollen. Und wir sehen hier vier Fingerchen gibt's, die können noch ein bisschen was greifen. Und ansonsten sieht's irgendwie wild und martialisch aus, was da überall so an den Armen und Händen dranhängt. Wir können alles auch bewegen und drehen. Und hier hinten werden wir hier nochmal sehen, dass da die Gelenke sind, die zumindest teilweise sich auch bewegen lassen. Hier sehen wir es, so geht's, da in die Richtung, da über dem Fuß auch, ja, da geht's auch ein bisschen. Dann drunter haben wir dann so leicht was Bläuliches, ja, okay. Wir sehen hinten aber auch schon so Räder. Ja, da könnte man jetzt natürlich auf die Idee kommen, während wir hier auch sehen, dass übrigens links und rechts ein bisschen anders farblich gestaltet sind. Das ist ja auch innen, mal verschiedenfarbige Socken anzuziehen. Nee, die Räder hier, da könnte man auf die kommen, wir können sie mal auf den Rücken legen und einfach mal so ein bisschen, ah, Lässe-Fair-mäßig den Berg runterrutschen. Das hat aber noch einen Grund und das ist eigentlich das, vielleicht wenn man so will, Highlight an dem ganzen Set. Dass wir nämlich aus diesem Mac ein Auto bauen können. Und das ist allerdings jetzt nicht Transformer-mäßig, dass man da jetzt einfach, ja, irgendwo was umlegt und dann ist es das. Nee, wir müssen wirklich was abbauen und umbauen. Also hinten diesen Radteil, dieses Radteil, was da sowieso eigentlich eher wie so ein Ersatzteillager dann hängt, dann abnehmen, auch die Beine und so. Also da wird wirklich kräftig nochmal umgebaut. Das ist zwar trotzdem nur was, ich zeige das hier in Echtzeit nochmal, was sich natürlich in wenigen Minuten erledigen lässt. Aber, ja, man muss dann trotzdem die Anleitung dafür haben. Ich glaube, so aus der hohen Hand geht es nicht so fort, wenn man es ein, zweimal gemacht hat, wahrscheinlich schon. Aber das finde ich tatsächlich eine nette Idee. Und das ist das, was finde ich dann auch bei solchen Modellen es dann doch unterscheidet von irgendwelchen anderen Herstellern. Also zumindest irgendwelchen Stellern, die nur das Modell dann haben und nicht Klemmbausteine verwenden, dass man sowas eben machen kann. Und dann finde ich das auch ganz, ganz interessant. Wobei ich es eigentlich immer noch schöner fände, wenn man dann noch mehr Ideen hätte, was kann man aus den Steinen noch machen. Aber da muss man dann selber sich entsprechend dann dran setzen. Dass dieses Set eben auch so Aufmerksamkeit erzeugt hat, liegt übrigens daran, es kam ja schon relativ früh die ersten Bilder raus. Und dabei hat man dann schon vermutet, naja, what if, wissen wir noch nicht viel über die Serie. Was wird dann wohl in dieser Folge drin vorkommen? Ja, und dann kam die Folge nicht mal. Das ist dann das Seltsame an dieser ganzen Geschichte. Man sieht immerhin so ein bisschen was, gerade weil Gamora dann ja auch vorkommt, in dieser finalen Folge, wo da irgendwie die Band wieder zusammengebracht wird. Aber nichtsdestotrotz, was die Geschichte wirklich dahinter ist, wer es weiß, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Vielleicht kennt das ja jemand irgendwas, irgendwo eine Quelle, warum sie die Folge nun dann verschoben haben. Aber sie kommt wohl noch. Aber so lange wollte ich eben, wie gesagt, nicht warten. Da ist das Auto. Man sieht, eine ganze Menge Teile bleiben über. Aber immerhin, ja, mal gut, man erkennt natürlich auch die alten Teile wieder. Aber es rollt. Es ist nett, das Auto, finde ich. Also hier sieht es auch sehr irgendwie ganz lustig aus. Jetzt macht das da hinten auch wieder mehr Sinn. Jetzt ist plötzlich ein Heckspoiler geworden. Da haben sie dann diese Kappe da auch nochmal hinten reingebaut. Und ich sage ja, es rollt wirklich sich schön dahin. Und damit kommen wir jetzt nochmal zu einem kurzen Blick in die Anleitung. Da ist leider wenig sonst zu dem, also gar nichts natürlich, zu den Figuren oder sowas erzählt. Das ist einfach nur stupides Bauen. In drei Tütengruppen. Damit hat man dann den Mac gebaut. Und am Ende, da kommt dann nochmal die Anleitung. Das sahen wir aber ja gerade eben, wie das Ganze entsprechend umgestaltet wird. Wir haben es ja gerade eben gesehen. Das war wirklich ja eine Minute. Und ein bisschen Werbung für weitere Marvel-Sets. Jo, und damit kommen wir zum Fazit. Es ist nett. Gut, also wie gesagt, ich habe Macs ein bisschen über. Da bräuchte ich jetzt nicht noch einen. Und das fand ich ja bei dem Set, bei dem ersten Set cool, dass es wirklich ganz speziell auf diese erste Folge basierte. Ob das jetzt bei diesem genauso gilt, kann ich ja eben noch nicht sagen. Aber gut, dann war diese erste Folge ja auch die langweiligste. Aber das erwähnte ich ja schon. Schön finde ich, dass es umbaubar ist. Ich finde die Minifiguren nett. Wir haben jetzt endlich mal den Watcher, wenn der da schon mal ständig vorkommt. Manchmal vielleicht ihn auch mal. Also mir geht der eher auf die Nerven. Aber das ist vielleicht, weil ich Datenschützer bin, so sein ganz eigenes Problem. Man kann nett damit spielen, glaube ich. Man muss ja immer denken, ist für Kinder. Preis ist relativ hoch. Im Angebot wird es natürlich dann schon interessanter. Jo, und damit hoffe ich, dass noch weitere What-If-Folgen kommen. Weil die Serie hat mich durchaus gepackt. Und sie traut sich auch einiges. Also dieses Multiversum, was uns ja wohl auch in den normalen Filmen demnächst dann begegnen wird, wird da wirklich teilweise bis an die Spitze getrieben. Ist auch, finde ich, teilweise nicht wirklich kindgerecht. Also ich denke da nur an diese Zombie-Folge. Ja, da sollte man auch, glaube ich, schon älter als acht sein. Aber gut, ich kann es auch nicht mehr wirklich einschätzen, wie das so ist. Thanos. Ich fand Thanos in der Serie, wenn der dann da mehr oder weniger an der Theke erzählt, mit seinen Ideen, was er da so machen will und ihn die anderen Geisten angucken. Aber ist das nicht Massenmord? Ja, wer das jetzt nicht gesehen hat, weiß nicht, worüber ich rede. Ist aber in meinem Kopf witzig gewesen. Jo, ob es weitere Sets dann dazu geben wird, glaube ich schon. Also sie haben ja auch schon die Minifiguren-Serie so ein bisschen drauf basieren lassen. Und dann freue ich mich da erstmal drauf. Bin gespannt. Da lässt sich sicherlich was draus machen. Und ich freue mich erstmal auf diese Folge. Bis bald und tschüss. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020